Im smarten Quartier in der Ziegelsaarstraße in Lobeda wurden heute feierlich die ersten Gesundheitsapartments in Betrieb genommen. Zu der Einweihung kamen Vertreter der Stadt, der Stadtwerke und der Uniklinik. In deren Kooperation sind diese besonderen Wohnungen innerhalb eines Jahres entstanden. Das war auch ein Teil des Weges für uns zu sagen, wir wollen etwas gemeinsam machen über die Unternehmensgrenzen hinweg. Das hat auch für die Stadtwerke Jena Gruppe eine wichtige Bedeutung, dieses Projekt, weil man einfach sieht, was man aus gemeinsamer Zusammenarbeit hier am Ende erreichen kann. Das ist ein sehr innovatives Projekt hier, auch eins, was wir nach außen tragen können und was wir natürlich auch gerne weiter berichten wollen. In den Gesundheitsapartments können Patienten dezentral im heimischen Ambiente genesen. Dabei haben sie aber durch die technisch moderne Einrichtung des Apartments eine Verbindung zum Klinikpersonal, von dem sie auch weiterhin versorgt und verpflegt werden. Wer als Patient eine solche Wohnung beziehen kann, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wir müssen im Rahmen von dem ambulanten Aufenthalt, wo die Patienten im Vorfeld bei uns gescreent werden, müssen wir schon schauen, okay, ist der Patient überhaupt für so eine Wohnsituation, das heißt für so ein Gesundheitsapartment geeignet. Und das erfolgt in der Abstimmung zwischen den Ärzten und den Patienten direkt. Die modernen Apartments in Trägerschaft von Jena Wohnen sind bis zu 66 Quadratmeter groß. Momentan stehen eine Ein- und eine Zweizimmerwohnung zur Verfügung. Die Kosten von rund 750.000 Euro für den Umbau und die Einrichtung kamen dabei aus dem Smart City Jena-Projekt, welches vom Bundesministerium für Wohnen und Stadtentwicklung gefördert wurde. Zukünftig wird ein Teil der Kosten über die Miete refinanziert. Das heißt, die nächsten drei Jahre bezahlt die Stadt die Miete, ich sage es jetzt mal, an Jena Wohnen. Das Universitätsklinikum betreibt es hier inhaltlich und auch von dem pflegerischen Aspekt aus. Und ein Teil der Kosten aber ist auch in diesem Innovationsprojekt auf Seiten von Jena Wohnen, bleibt da hängen, um auszuprobieren. Also das kommt aus verschiedenen Töpfen. Am Ende wollen wir hier ausprobieren, ob wir diese Lösung auch weiter ausrollen können. Insofern ein kleines Reallabor, will ich sagen. Wenn die Gesundheitsapartments positiv angenommen und genutzt werden, können sich die Verantwortlichen vorstellen, weitere zu errichten. In den bereits fertiggestellten Wohnungen können sich die Patienten aber erst einmal freuen, auf eine angenehme und heimische Art zu genesen.